Also Finn, dann mal Butter bei die Fische. Finn oder Willi? Finn. Werder-Fan oder kein Werder-Fan? Absoluter Werder-Fan. Handball oder Fußball? Für mich Handball. Linke oder rechte Seite? Rechte Seite. Linke oder rechte Hand? Rechte Hand. Ohne Harz oder ohne starke Hand? Ohne Harz geht gar nicht, daher ohne starke Hand. Finn Lemke oder Jari Lemke? Ich bin Finn Lemke. Jari Lemke oder Torben Lemke? Torben ist der ältere, also Torben. Plattdeutsch oder hessisch? Plattdeutsch. Melsungen oder Bremen? Bremen. HSG Schwanewede oder MT Melsungen? HSG Schwanewede. TBV Lemke oder SC Magdeburg? Schwanewede. Ah, da kann ich nichts sagen. Das ist beides. Kann ich nicht, ne? Als erste Station gewesen ist dann TBV. Schwanewede oder Lemke? Ja, Schwanewede. Schwanewede oder Werder-Bremen? Schwanewede. Raus. HSG Wetzlar oder der Hamburger SV? HSG Wetzlar. Bundesliga oder DHB-Pokal? Äh, Bundesliga. Bundesliga oder Nationalmannschaft? Nationalmannschaft. Olympia oder Handball-WM? Olympia. Gegentor oder Notbremse? Äh, da ich der Gentleman bin, nehme ich das Gegentor. So, dann kommen wir mal zu ein paar Handballern. Oh, okay. Finn Lemke oder Pascal Henz? Pascal Henz. Uwe Gensheimer oder Matthias Musche? Das ist unsere jetzige Nummer 1, also Uwe. Andreas Wolf oder Silvio Heinevetter? Ja, das ist jetzt mein Kollege, Silvio. Silvio Heinevetter oder Jerzy Pavlenka? Uff, da ich weiß, dass Silvio auch sehr gut im Tor ist, beim Fußball, nehme ich Silvio. Da ich von Pavlenka die Skills im Handballtor noch nicht gesehen habe. Das sollten wir dann mal ausprobieren. Ja, das wäre super. Uwe Gensheimer oder Max Kruse? Uff, da bleibe ich bei meiner Sportart, Uwe Gensheimer. Wie sind da so die Fußball-Skills? Ich glaube, er kann mehr, ich glaube, er denkt, er kann mehr, als er wirklich kann. Handball-Bundesliga oder Fußball-Bundesliga? Handball-Bundesliga. Fußball schauen oder Fußball spielen? Fußball spielen. Fußball schauen in der Ostkurve oder am Fernseher? Ostkurve. Ruhiger oder nervöser Zuschauer? Absolut nervöser Zuschauer. Ruhig kann man, glaube ich, kein Fußballspiel anschauen. Last-Minute 1 zu 0 oder ein klares 3 zu 0? Ein klares 3 zu 0. Diego oder Miku? Boah, da bin ich bei Miku. Ailton oder Pizarro? Pizarro. Ich gehe mit den Virtuosen und nehme ich den Miku. Johannes Eggestein oder Maxi Eggestein? Maxi Eggestein. Florian Kohfeldt oder Thomas Schaaf? Florian Kohfeldt. Dubel 2004 oder Pokal 2009? 2 zu 4. Witzigerweise waren wir hier auf dem großen Platz in Bremen. Ich und mein Bruder. Wir wollten gerade das Spiel gegen Bayern schauen. Zumindest von der Meisterschaft an das Spiel gegen München. Wir sind aber nicht raufgekommen, weil der Platz so voll gewesen ist. Wir sind dann zurück im Bahnhof und mussten dann da über so eine Fensterscheibe, die verdeckt war eigentlich. Aber weil wir ein bisschen größer gewesen sind, konnten wir so rüberschauen und konnten noch linsen, wie die Tore gefallen sind. Geht mir niemals aus dem Kopf. Also 2004. Mal weg vom Fußball. Hund oder Katze? Hund. Chihuahua oder Dalmatina? Da ich einen Dalmatina habe, auf jeden Fall zweiteres. Instagram oder Snapchat? Habe ich beides nicht. Aber wenn, dann, da ich nicht so richtig weiß, wie Snapchat funktioniert, bleibe ich bei Instagram. Instagram oder Facebook? Instagram. Helene Fischer oder Shakira? Shakira. Hips don't lie oder Wacka Wacka? Hips don't lie, mein Track. Hips don't lie oder lebenslang grün-weiß? Na, lebenslang grün-weiß. Wenn das mal in der Kabine gespielt würde, dann würde ich noch gepushter in die Partie gehen. Das musst du dann mal anmelden. Frag ich mal das nächste Mal nach, ob das auf irgendeine Liebe so trifft. Werder in der Champions League oder Melsung in der Champions League? Ja, betrifft mich ja selber so ein bisschen. Dann nehme ich dann Melsung in der Champions League. Nichtsdestotrotz drücke ich natürlich die Daumen. Titel ohne Einsatz oder Einsatz ohne Titel? Einsatz ohne Titel. ARD oder Werder TV? Werder TV. Butter bei die Fische oder Quiz-Elfer? Butter bei die Fische, ist ja keine Frage. Wenn euch das gefallen hat, dann gibt es hier oder hier mehr. Ah, ich mach mir zehnmal. Ensuite, bleibten.